Hamburg ist einfach ein Brett, mal ganz ehrlich. Es ist ja hier alles so ein bisschen eingetrübt, was den HSV angeht. Aber ich habe einfach total Lust. Es ist ein wahnsinnig geiler Club, muss man sich einfach auch bewusst sein. Und das will ich auch nach außen bringen. Wir müssen hier ein bisschen die Stimmungslage wieder verändern. Einfach mal mit Freude und mit Leichtigkeit wieder diese Dinge angehen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir positive Energie auch senden müssen. Lösungen suchen für das, was wir jetzt hier vorfinden. Und da habe ich einfach totale Lust drauf. Ich habe schon gezuckt, aber es war ein angenehmes Zucken. Wir werden Stück für Stück versuchen, mit der Mannschaft kleine Schritte vorwärts zu kommen. Die negative Stimmung, die sich aktuell so ein bisschen breit gemacht hat, natürlich um die Mannschaft herum. Den Rucksack, den die Mannschaft so mit sich trägt, den müssen wir ablegen. Wir müssen ein Stück weit es schaffen, in die Köpfe der Spieler zu kommen, etwas Leichtigkeit wieder reinzubekommen. Und ich glaube, das wird der Schlüssel sein, dass wir dann auch wieder erfolgreich Fußball spielen. Warum Markus? Ich glaube, dass er ideal zu unserem Kader passt, zu unserer Mannschaft. Er ist gewohnt, auch mit jungen Spielern zu arbeiten. Und ich bin überzeugt, dass er mit seinen Spielvorstellungen und seiner Trainingsphilosophie auch einen Schub auflösen wird in unserer Mannschaft und diese herausfordernden Wochen, die vor uns stehen, positiv bestreiten wird. Und ich bin überzeugt, dass er mit seinen Spielvorstellungen und seiner Trainingsphilosophie ist. Und ich bin überzeugt, dass er mit seinen Spielvorstellungen und seiner Trainingsphilosophie ist.